Gude, da bin ich mal wieder und heute am Sonntagabend tatsächlich mit der neuen nächsten Tierlist. Ihr werdet es am Titel des Videos schon festgestellt haben, es geht um die Heiler oder die Healer im Spiel. Das heißt so eine Art Supporter-Funktion. Wir hatten ja beim ersten Tierlist-Videos die Barrieren-Ninjas, also die Tanks sozusagen, jetzt eben die Healer, die Supporter und ja, bei den Tanks gab es insgesamt neun Stück. Heute bei den Healern haben wir 13 Stück und ich versuche mich heute auch ein bisschen kürzer zu fassen im Verhältnis, nicht ganz so ausführlich auf jeden Charakter einzugehen und trotzdem von jedem die Quintessenz, sag ich mal, rauszuarbeiten, damit jeder weiß, was die einzelnen Charaktere können. Denn grundsätzlich gilt, auch wenn ich die gleich einordne in verschiedene Ränge und demnach dann so ein bisschen dem eine Richtung gebe, welche Charaktere gut sind, welche vielleicht auch nicht ganz so gut sind, in meinen Augen, das ist auch mal ganz wichtig, dass das gleich eine Entscheidung ist, die ich persönlich treffe und selbst beurteile. Und jeder muss natürlich selber gucken, wie es dann passt und wie er das sieht. Aber je nach Teamkonstellation kann das auch schon wieder ein bisschen anders aussehen. Also diesen Mini-Disclaimer will ich schon mal vorweg schicken. Aber ja, lass uns einfach mal reingehen. Ich habe das Ganze vorbereitet. Wir starten mit dem Charakter, der im Spiel nur Rot heißt. Besser bekannt im Anime als Kurenai. Und Kurenai selbst sortieren wir mal auf, ja, ein A-Rang. Zu Kurenai selbst, bevor ich zu Kurenai selbst versage, kurz zum Video-Format, sag ich mal. Im letzten Video hatte ich das Ganze relativ klein. Da habe ich nichts mehr nachbearbeitet und war dann nicht ganz so zufrieden damit, weil das schon recht klein war, das Bild. Ich werde das jetzt im Nachhinein nach der Aufnahme nochmal ein bisschen editieren, ein bisschen bearbeiten, sodass das Video ein bisschen größer wirkt, dass ich quasi so ein bisschen was rausschneide aus dem Bild, was nicht relevant ist. Und dadurch kann es passieren, dass die Übergänge, wenn ich die Bilder raussuche von den jeweiligen Charakteren, dass das arg reingezoomt wirkt, was daran liegt, dass es so ist. Deshalb gar nicht verwundert sein. Aber ich denke, für das Gesamtbild in der Übersicht sollte es so schöner sein. Okay, lass uns zu Kurenai kommen. Ich habe sie ins A-Rang gerankt. Kommen wir erstmal zu den nackten Zahlen. Im Angriffswert liegt sie ziemlich im Mittelfeld. Der Angriffswert ist allerdings ja auch nicht ganz so entscheidend für Healer. Von daher, das ist in Ordnung. Der liegt mit 37.800 eben genau im Mittelfeld von allen Healern, die Gesamtleben, die sie hat. Da liegt sie auch genau im Mittelfeld. Von daher auch das, nichts großartig auffälliges, nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Der Verteidigungswert ist eher in der unteren Hälfte angesiedelt, also mit 1.670, eher am unteren Spektrum. Und auch ihre Geschwindigkeit ist nicht die allerbeste, aber da liegt sie schon wieder ein bisschen besser. Knapp in der oberen Hälfte, sage ich mal. Also der Schnellste hat 1.665, sie hat 1.594 und der langsamste Charakter hat 1.497. Also sie ist ziemlich in der Mitte, auch da vielleicht ein bisschen über der Mitte. Also von den reinen Zahlen, die sie erstmal mitbringt, ziemlich im Mittelfeld anzutreffen. Zu ihren Fähigkeiten. Zum einen kann sie drei Charaktere heilen und deren Crit-Chance steigern, was nicht schlecht ist. Zum anderen kann sie an allen Gegnern gleichzeitig Schaden verursachen und auch eine gewisse Chance, einen Verbrennungswert, also einen Debuff mit Verbrennen auf den Gegner zu setzen, was ja dann nochmal extra Schaden verursacht für zwei Runden. Und hat noch eine Passive, die einen Gesamtheal fürs ganze Team bringt, für jeden Debuff-Schaden, den der Gegner kassiert. Das heißt, wenn sie selbst dafür sorgt, dass der Gegner brennt, die Runde ist vorbei und der Brenn-Dot löst aus, sodass die Gegner durch den Brenn-Schaden Schaden verursachen oder Schaden bekommen, bekommt prozentual von diesem Schaden das gesamte Team einen gewissen Heal. Das bedeutet, Kurenai ist besonders stark in Teams, die besonders viele Debuffs auf die Gegner draufpacken. Denn zu dieser Passiv zählt wirklich alles. Ob das Blitz ist, ob das eine Verbrennung ist, alles was im Fluch, alle Debuffs, die Schaden verursachen am Ende der Runde, werden hiervon profitieren und werden davon ausgelöst. Das heißt, man kann eine ganze Menge Zusatzheilung bekommen, wenn man einfach ein Team hat, das darauf baut. Das bedeutet, in einem Team, das komplett darauf ausgelegt ist und vielleicht auch von Crit profitiert, ist Kurenai vielleicht ein S-Tier-Charakter. Wenn man überhaupt nichts in die Richtung hat im Team, ist sie vielleicht nicht mal A. Da ist sie vielleicht eher B oder C, weil ihre nackten Zahlen sind ja nicht so besonders. Ja, also soweit zu Kurenai. Kein schlechter Charakter, wie ich finde, in der richtigen Synergie sogar richtig gut. Ist nur schwer zu bekommen. Der nächste Charakter auf meiner Liste ist der erste Ushia. Und ich glaube, für diese Liste glaube ich auch sogar der einzige Ushia, den ich auf der Liste habe. Es ist Shizui Ushia. Und den habe ich tatsächlich ins B-Tier gepackt. Ja, gucken wir uns mal seine Zahlen an, seine Werte an und dann erkläre ich das mal ein bisschen. Erstmal zu seinem Angriffswert. Der ist ganz gut. Da ist er relativ weit oben dabei. Seine Gesamt-HP, da ist er auch eher im Mittelfeld unterwegs. Bei seinem Verteidigungswert ist er von allen Charakteren, die wir hier auf der Liste haben, der schwächste. Also sein Verteidigungswert ist nicht so gut. Dazu kommt eben mit der mittleren HP im Verhältnis, dass das auch nicht so überragend ist. Und auch von seiner Geschwindigkeit ist er eher im unteren Drittel angesiedelt. Das heißt, er ist nicht besonders schnell. Er hat eine schlechte Defensive. Er hat keine besonders üppige HP. Er hat nur einen hohen Angriffswert. Und ein hoher Angriffswert ist jetzt nichts, was ein Supporter, ein Healer jetzt großartig auszeichnen sollte. Seine Fähigkeiten sind ganz interessant, wie ich finde. Er verursacht Schaden. Er entfernt Buffs vom Gegner und verursacht nochmal zusätzlichen Schaden. Beziehungsweise gibt einen Debuff drauf, der den Schaden dann letzten Endes erhöht. Und er gibt dem gesamten Team ein Flammenschild, das zwei Runden hält. Ne, drei Runden sogar hält. Und in der Zeit ist es so, dass das Schild ist auf allen drauf. Das bekommen alle Teammates. Und jedes Mal, wenn ein Angriff auf die Teammates ausgeführt wird, werden 20% des verursachten Schadens auf den Angreifer zurückgeworfen. Das heißt, das ist eher ein Supporter, der gar nicht so viel auf viel setzt, sondern tatsächlich eher auf, ja, Gegenschaden sozusagen. Also eher darauf, selber Schaden zu verursachen, Buffs zu entfernen, Debuffs draufzupacken, die mehr Schaden dann beim Gegner verursachen. Also, dass man mehr Schaden macht, dass Schaden zurückgeworfen wird. Den einzigen Heal, den er hat, ist seine Passive. Denn für jeden Crit, der im eigenen Team ausgelöst wird, wird auch das gesamte Team prozentual davon geheilt. Das heißt, hier ist es wieder so, je nach Teamkonstellation, wenn man ein Team hat, das besonders viele Crit-Champions beinhaltet, Crit-Ninjas, die viel Critten, jede Runde Critten, die vielleicht auch mehrfach angreifen können und mehrfach Critten können, dann profitiert man auch da von diesem Heal. Wenn man kaum Crittet, das nicht so sehr im Team hat oder einfach Pech hat, dass man nicht Crittet, weil das ist ja immer nur eine prozentuale Chance darauf, dann hat man halt kein Heal im Team. Und dann weiß ich nicht, wie gut das funktioniert. Ich finde, ein Healer ist immer nicht so verkehrt. Zu sagen, man nimmt Shizui mit rein und nimmt noch einen zweiten Charakter, der Heal ist, ist vielleicht eine Möglichkeit, aber insgesamt finde ich demnach Shizui nicht ganz so gut, wie zum Beispiel Kurenai. Ja. So, wir kommen zum nächsten Ninja auf meiner Liste und da haben wir jetzt auch den ersten S-Rang, denn es handelt sich hierbei um Utakata und ich habe es ja schon in mehreren Videos in der Vergangenheit erzählt, Utakata ist ein richtig stabiler Ninja. Gucken wir uns erst mal seine nackten Zahlen an. Sein Angriffswert ist nicht gut, da ist er ziemlich weit unten dabei. Sein HP-Wert ist sehr gut, da ist er ziemlich oben dabei. Sein Verteidigungswert ist ziemlich gut, da ist er weit oben dabei. Und seine Geschwindigkeit, da ist er genau in der Mitte. Das heißt, er ist solide schnell, er hat gute HP, er hat gute Verteidigungswerte und nur keinen so guten Angriff. Und das ist etwas, was ich verschmerzen kann. Denn ich habe es ja schon gesagt, bei Jisui, der einen sehr guten Angriffswert hat, den braucht er halt nicht so sehr. Es ist nicht ganz so entscheidend, wie viel Damage der Supporter macht, der Healer macht. Das müssen ja die anderen im Team machen. Was kann Utakata jetzt? Utakata hat eine Fähigkeit, wo er den Gegner einschlafen lassen kann. Das hält für zwei Runden. Wenn der Charakter einmal angegriffen wird, der schläft, hat er eine 50% Chance, wieder aufzuwachen. Beim zweiten Angriff, den er kassiert, wacht er definitiv auf. Das heißt, dann hält das halt weniger als zwei Runden. Wenn direkt zweimal auf den der Champ draufgehauen wird, dann wacht er instant wieder auf. Ansonsten kann er aber bis zu zwei Runden aussetzen. Plus, es gibt ein Blockschild für einen Charakter im Team. Und das Blockschild verteidigt eine Fähigkeit zu 100% weg. Das heißt, egal welcher Move kommt, es kann das Wassergefängnis von Sabusa sein, was ja unfassbar viel Schaden macht. Das wird zu 100% negiert. Der Angriff ist quasi komplett egalisiert. Und das ist schon mal sehr, sehr gut, finde ich, als Supporter, so eine Fähigkeit mit reinzubringen. Dann hat er ein Heal für alle. Plus, ähm, einen Overheal. Das heißt, ähm, das hatten wir schon ähnlich bei Zunade in der Tankform. Dass es wirklich ein Overheal ist für alle im Team. Das heißt, wenn die Charakteren schon full life sind, bekommen sie eine Bubble um sich rum und bekommen den überschüssigen Heal, der nicht mehr reingepasst hat, weil die HP schon voll waren, trotzdem obendrauf als zusätzliches Schild sozusagen. Das heißt, die eigenen HP werden sogar erweitert von allen Charakteren im Team. Und es gibt noch einen Buff, der zwei Runden hält, der zwei Runden lang noch nach und nach nachregeneriert. Das bedeutet, man hat nochmal einen Permaheal permanent mit drin. und es gibt nochmal einen Extra-Heal als Passive für den Charakter mit dem niedrigsten Leben am Ende der Runde als Passive. Das heißt, er ist extrem aufs Healen aus, extrem aufs Schilden. Ähm, sonst macht er gar nichts, außer diese Schlaffähigkeit, die er noch alle drei Runden machen kann. Aber ich finde, mit seinen Stats, er ist tanky, er kann lange leben, er kann sein Team lange am Leben halten, ist ein absolut perfekter Charakter für ein Team, das ansonsten komplett eigenständig den Gegner wegrasieren kann. Also wenn man dann noch einen soliden Tank hat, wie Gaara zum Beispiel, und dann drei Charaktere hat, die pure Damage verursachen, die sich untereinander noch ergänzen, dann ist er perfekt, um einfach solide, ja, das eigene Team am Leben zu halten. So. Wer auch schon ein bisschen dafür da ist, das eigene Team am Leben zu halten, ist Sakura. Und Sakura packen wir tatsächlich auf den A-Rang. Sakura spiele ich ja selber schon seit einer ganzen Weile, habe sie noch im Team, will sie zwar rausnehmen jetzt auf langfristige Sicht, aber ist noch bei mir im Team mit drin. Und Sakura ist in meinen Augen auch ein sehr, sehr solider Supporter. Man bekommt sie sehr, sehr gut im Spiel, wie ich finde, und demnach ist sie definitiv auch kein verkehrter Pick. Also gerade, wenn man keine Alternative hat, Utakata gar nicht bekommen, weil der sehr, sehr selten ist, oder auch kein anderer der S-Tier-Charaktere, die noch folgen werden gleich. Dann ist Sakura auf jeden Fall eine Option. Gucken wir uns auf die Stats. Bei den Stats ist es so, der Angriffswert ist nicht so gut. Da ist sie ganz unten, schwächster Angriffswert auf der Liste, was aber ja nicht so schlimm ist. Der HP-Wert ist genau in der Mitte, das ist auch solide. Der Verteidigungswert ist ziemlich gut, sie kann also gut einstecken, sie ist nur auch sehr langsam. Also sie ist auch der langsamste Charakter auf der Liste. Also sie ist sehr langsam, sie hat keinen guten Angriffswert, aber solide HP und sehr, sehr gute Verteidigung. Und das passt schon mal. Mit ihren Fähigkeiten sortiert sie einmal die Debuffs vom eigenen Team weg, erhöht dann noch den Angriff und die Crit-Chance und kann eben einmal wiederbeleben oder eben einen, wenn keiner tot ist, einen richtig starken Heal auf eine Person bringen. Und das sind im Grunde schon ihre ganzen Fähigkeiten, aber die sind sehr gut. Also ich finde die Debuffs vom eigenen Team weg, plus Angriff, plus Crit erhöhen und dann noch einen Charakter wiederbeleben zu können alle paar Runden oder einen sehr, sehr starken Heal auf den lowesten Charakter drauf zu packen. Das ist grundsolide. Das ist nichts, was das Rad neu erfindet, aber das ist genau das, was ein Healer machen soll. Selber ist sie noch recht tanky. Ja, und deshalb ist sie einfach ein solider A-Rang. Als nächstes haben wir den ersten SR-Charakter auf der Liste mit Zunade. Und ich denke, das hatte ich ja bei den Tanks schon gesagt, SR-Charaktere sind halt auf langfristiger Sicht nicht so krass, weil sie eben nicht besser als 9 Sterne werden können. Und demnach sind sie halt irgendwann outdated, wenn man lang genug spielt. Und demnach sind sie fürs Late Game einfach nur C-Rang auf meiner Liste. Insgesamt ihre Fähigkeiten sind ganz gut. Ihre Werte sind okay, aber im Verhältnis ist für den SSR-Charakteren auch schon ein bisschen abgeschwächt. Sie kann Einzel-Healen, sie kann Heal für alle geben, sie kann Blockschilde verteilen, sie kann den Angriff für Ninjutsu-Charaktere erhöhen. Das heißt, im Early Game bis zu der 9-Sterne-Grenze ist sie ein solider Healer im Team. Ist gut, danach kann man sie nicht mehr gebrauchen, kann sie einopfern für einen anderen Charakter, um den auf 10 Sterne zu heben. Aber deshalb will ich jetzt auch gar nicht großartig weiter über Zunade reden, denn langfristig gesehen ist sie einfach dann keine Option mehr. Als nächstes haben wir auf der Liste den ersten Pfad, das heißt den ersten Pain sozusagen, da haben wir insgesamt drei Stück heute. Der erste von der Liste ist der Breta-Pfad und auf meiner Liste ist er tatsächlich auch nur B-Tier. Es gibt mit Sicherheit welche, die sagen, der Breta-Pfad ist ziemlich stark, ich will meine Entscheidung jetzt aber mal begründen damit, dass ich zum einen ihn noch nie aktiv wirklich gesehen habe und vor allem noch nie selber gespielt habe, zum anderen seine Fähigkeiten sich für mich aber ein bisschen weird angesehen haben, durchgelesen haben. Wir können es ja mal durchgehen. Sein Angriffswert ist überragend gut, mit einer der besten Angriffswerte von allen Charakteren auf dieser Liste. Sein HP-Wert ist der schlechteste, sein Verteidigungswert ist fast der schlechteste, seine Geschwindigkeit ist ganz gut, da ist er im oberen Drittel, aber er hat halt wenig Leben, die wenigsten wie gesagt auf der Liste, er hat fast die wenigste Verteidigung auf der Liste und diese beiden Kombinationen finde ich schon mal irgendwie seltsam. Was er kann, ist für seine Team-Member, für die anderen vier, die Verteidigung zu buffen, für die hintere Reihe auch noch den Angriff zu buffen und dafür aber einen Gegner zu heilen oder zu wiederbeleben. Das heißt, das ist ein Trade, den wir eingehen. Wir kriegen einen guten Buff auf die Verteidigung, wir kriegen auch noch für die Hinterreihe einen guten Angriffs-Buff, aber ein Gegner wird entweder gehealt oder wiederbelebt, was ich irgendwie seltsam finde. Ansonsten macht er Schaden in allen, macht einen De-Buff drauf für mehr Schaden, healt nochmal zwei Charaktere und wenn er angegriffen wird, hat er auch noch einen Gegenangriff, sofern er schneller ist. Aber er ist sehr schnell, von daher klappt das oft. Er ist also nicht wie Gara, der immer einen Gegenangriff startet, aber sofern er schneller ist als die Gegner, hat er zumindest auch noch einen Gegenangriff, was nicht verkehrt ist, wie ich finde, immer ganz nice sowas zu haben, wie Chujuro oder auch Gara, aber, ja, und mit seinem hohen Angriffswert auch gar nicht so zu verachten, aber ich weiß nicht, insgesamt von seinen Fähigkeiten, er ist schon ganz cool, er kann gut heilen, er kann gute Buffs verteilen, er kann vielleicht auch ganz gut Damage noch austeilen nebenbei, aber ich weiß nicht, einfach mit diesem Healer für den Gegner, mit seinem wenigen Leben, das alles in allem, hat mir nicht so gut geschmeckt, als ich mir das angeguckt habe, deshalb habe ich ihn auf den B-Rang gesetzt, im einen oder anderen Team kann er auch ganz gut sein, ich habe eine Liste gesehen, da war er S-Rang, wie gesagt, in meinen Augen würde ich ihn eher auf B setzen. So, machen wir mal weiter auf unserer Liste mit Kabuto und Kabuto im Anime schon ein sehr, sehr starker Healer, in meiner Liste auch ein A-Rang immerhin und wir gucken mal auf seine Werte bei Kabuto, ich mag ihn sehr aus dem Anime, muss ich sagen, ich finde ihn ein cooler Charakter, sein Angriffswert ist okay, auch eher im unteren Drittel, von daher ist er aber nicht so schlimm auf seiner Position, seine Leben sind gut, da ist er oben dabei, sein Verteidigungswert ist auch eher wieder nicht so gut und seine Geschwindigkeit ist auch eher im unteren Drittel, das heißt, seine reinen Stats sind gar nicht mal so übertrieben gut, gucken wir mal auf seine Fähigkeiten, er kann einmal an drei Gegnern Schaden verursachen, plus einen aus seinem Team heilen dafür, plus Bonusgeschwindigkeit, plus Bonusangriff für zwei weitere Charaktere aus dem Team, alles mit einem Move, kann alle heilen, plus dabei noch Buffs auf Geschwindigkeit und Angriff und er verteilt Markierungen auf seine Gegner, wenn er angreift, sowohl mit dem Dreierangriff als auch mit seinen Einzelhits und die Markierungen stacken sich, für jede Markierung, es geht bis zehn Markierungen hoch, für jede Markierung macht er selber drei Prozent mehr Schaden, geht also schon bis 30 Prozent mehr Schaden, ab drei Markierungen, die ein Gegner auf sich drauf hat, bekommt dieser Charakter generell 20 Prozent mehr Damage von allen Teamkameraden. Das heißt, er kann gut heilen, er kann Geschwindigkeit buffen, er kann Angriff buffen, er kann den Schaden des Gegners erhöhen, den er kassiert, den der Gegner kassiert und demnach bringt er auch hier wieder die wichtigsten Kriterien mit, finde ich, die man braucht als Zieler und dementsprechend setze ich ihn einfach aufs A-Tier, weil ich finde, er hat eine solide Rolle, er macht das stabil und kann man gebrauchen, definitiv. So, als nächstes haben wir den zweiten und letzten SR-Charakter auf der Liste mit Großmutter Shio, auch hier wird es euch nicht wundern, dass ich sie auf den C-Rang gesetzt habe, ihre Werte sind SR-Rang entsprechend auch wieder nicht so gut wie die SSR-Charaktere, sie kann aber auch alle healen, sie kann kontinuierliche Heilungen auspacken, so wie Utakata, im Grunde genau die gleiche Fähigkeit, nur dass sie nicht diesen Overheal mit dabei hat und sie kann eben wie Sakura eine Person wiederbeleben oder eben, wenn keiner tot ist, den Niedrigsten im Team extrem heilen, was gute Fähigkeiten sind, was man bis 9 Sterne super verwenden kann, danach aber eben useless und demnach ein C-Rang in meiner Liste. So, die Liste ist bisher relativ ausgeglichen, wie mir auffällt, ich habe das nämlich alles nach Gefühl gerankt, jetzt natürlich vorher alles aufgeschrieben, aber nicht nur mal durchgezählt, wird Zeit für den nächsten S-Rang-Charakter, würde ich sagen und der nächste S-Rang-Charakter in meiner Liste ist Yamato. Yamato im Anime kommt er ja relativ früh in Shippuden dazu, in Klassik ist er noch gar nicht drin und Yamato natürlich ein sehr interessanter Charakter, gucken uns erstmal seine Stats an, sein Angriffswert ist sehr sehr hoch, da ist er in den Top-Leuten dabei, seine HP ist mäßig, knapp unter der Hälfte, seine Verteidigungswerte sind die besten von allen auf dieser Liste, seine Geschwindigkeit ist die höchste auf dieser Liste und damit ist er eben mit einem mittelmäßigen HP-Wert aber fast dem besten Angriffswert, dem besten Geschwindigkeits- und dem besten Verteidigungswert ist er von seinen reinen Stats schon mal ein absolutes Monster, das schon mal definitiv. Was er dann noch an Fähigkeiten mitbringt, ist einmal, dass er alle D-Bars wegnimmt, für vier aus seinem Team, plus Angriff erhöhen, plus Crit erhöhen und für alle Taijutsu Ninjas im Team den Crit sogar nochmal 10% extra erhöhen. Also für alle im Team 10% extra Crit äh, für vier im Team sorry, für vier im Team 10% extra Crit für alle Taijutsu Ninjas sogar 20% Crit und den Angriff wird auch noch erhöht und alle Debuffs werden weggenommen, das ist schon mal super stark. Ähm, ansonsten hat er einen großen Schild, den er über das ganze Team packt und dann wird der gesamte Schaden, der durch Angriffe aufgenommen wird von einem der Charaktere aus dem eigenen Team immer durch fünf geteilt und aufs gesamte Team verteilt. Nach zwei Runden, wenn das Schild weggeht, wird nochmal ein gesamter Heal fürs ganze Team draufgepackt. Das heißt, wenn jetzt, ähm, eben das Team da rein angegriffen wird, egal wer angegriffen wird, immer kriegt der Charakter, der angegriffen wird, nur 20% Schaden und jeder andere Charakter im Team kriegt eben auch nochmal nur nochmal extra 20% Schaden, sodass alle gleichmäßig den Schaden bekommen und am Ende gibt's einen Gesamtheal, was ich sehr, sehr stabil finde und sehr, sehr gut finde und was er noch passiv hat, wenn Yamato das erste Mal stirbt, weil er kann ja wiederbelebt werden oder durch eine Fähigkeit wiederbelebt werden, wie auch immer, wenn er zum ersten Mal stirbt, wird auch nochmal das gesamte, restliche Team auch nochmal komplett um eine gute Prozentzahl geheilt. Also es gibt einen definitiven Heal für nochmal alle im Team, auch nochmal einen relativ guten Heal. Und das finde ich in Kombination sehr, sehr stark und das prädestiniert Yamato für mich sogar, ihn nach ganz vorne zu packen. Weil er einen guten Angriffswert hat, weil er einen guten Verteidigungswert hat und weil er schnell ist, weiß ich nicht, wie viel man von dieser Fähigkeit sonst profitiert, dass wenn er als erstes stirbt, dass man von diesem Heal, der dann kommt, noch viel profitiert, weil wenn er eben als letztes stirbt, bringt einem diese Fähigkeit auch nichts mehr. Deshalb würde ich sagen, lohnt es sich, ihn ganz nach vorne zu packen, mit noch jemandem dabei, der ihn wiederbeleben kann oder eben ihm einfach sowas geben wie Heiliger Geist, dass er sich selber nochmal wiederbeleben kann, sich dann über seine eigene Fähigkeit auch nochmal heilen kann über seinen Schutzwall. Dann kann Yamato richtig, richtig geil sein und richtig nervig sein für jeden Gegner, wenn man den und damit das gesamte Team einfach nicht mehr tot bekommt. Oder zumindest, wenn man den Tod hat, dass man dann das ganze Gegnerteam oder das ganze eigene Team wieder voll heilen kann. Also das ist ein sehr, sehr starker Healer in meinen Augen. Als nächstes haben wir den nächsten Pfad, den nächsten Pain-Charakter auf meiner Liste und das ist ein Charakter, den kennt ihr schon auf meinem Kanal, den habe ich jetzt selber langsam in mein Team rangeführt. Das ist natürlich der Naraka-Pfad und der Naraka-Pfad, wo habe ich ihn? Hier habe ich ihn auf meiner Liste, ist natürlich auch absolutes S-Tier. Wir gehen seine Stats einmal durch, sein Angriffswert, da liegt er in der Mitte, nichts Überragendes, sein HP-Wert, da liegt er fast ganz oben, also nur ganz, ganz knapp, nur 500 Leben hinter dem Besten auf der Liste. Das heißt, sein HP-Wert ist sehr, sehr gut, sein Verteidigungswert ist auch nur ganz, ganz knapp schlechter als der von Yamato, nämlich nur drei Punkte und das ist bei 1833 zu 1836 auch wirklich sehr marginal und seine Geschwindigkeit ist auch noch sehr gut. Das heißt, er ist fast der Schnellste auf der Liste, auch da haben wir, glaube ich, nur zwei Charaktere, die schneller sind. Er hat den zweitbesten Verteidigungswert auf der Liste oder den, na, stimmt gar nicht, hier sehe ich gerade, er hat den viertbesten Verteidigungswert, aber er hat nur ganz knapp schlechter als die anderen drei, weil wir haben da 1836, 35, 34 und er hat halt 33, aber der schlechteste Wert hat zum Beispiel 1637, also 200 Punkte weniger. Demnach hat er jetzt viele Zahlen durcheinander geworfen oder hier reingeschmissen, aber er hat definitiv einen stabilen Verteidigungswert, eine gute Geschwindigkeit, Hammer vieler HP und immerhin noch nicht den schlechtesten Angriff auf der Liste, das heißt, seine reinen Stats, super, super gut, er kann alle heilen plus eine Markierung draufpacken, die für zwei Runden hält und wenn man dann eben in diesen zwei Runden stirbt, dann steigert sich die Heilungsfähigkeit, die der Rakabfahrt an sich hat, um 15 Prozent für alle zukünftigen Heals, die er rausballert, werden 15 Prozent besser und das hält tatsächlich bis zum Ende des Kampfes. Das ist also richtig gut, also immer wenn er diese Fähigkeit einsetzt, gibt es eine Markierung für alle Teammates, die zwei Runden halten, wenn in diesen zwei Runden einer der Teammates stirbt, wird seine Heilung fürs ganze Spiel um 15 Prozent gebufft, richtig stark. Er kann einmal eine Person, also immer mal wieder alle drei Runden eine Person wiederbeleben oder einen starken Heal rausballern, genauso wie Sakura und mit seinem Auto-Hit kann er eben auch nochmal eine Person heilen. Das heißt, er ist auch wieder ähnlich wie Utsakata, eine reine Heal-Maschine, ein absoluter Heiler und einfach nur mit dem Ziel, das Team am Leben zu erhalten, mit seinen guten Grundwerten eben auch absolut in der Lage, sich selber ewig lang am Leben zu erhalten, um diese Aufgabe auch zu erfüllen und deshalb auch absoluter S-Tier-Charakter. da gibt es nichts zu meckern. So, als nächstes habe ich dann nochmal einen B-Tier-Charakter und das ist die gute Jisune, die im Anime definitiv auch eine solide Healerin ist, ein cooler Charakter, als ich finde, keine so besondere Rolle, aber ganz nice to have, gerade in Naruto-Klassik, dass ich gerade am Rewatchen bin, muss ich sagen, hat sie doch eine echt coole Rolle und ja, hier im Spiel ist sie auch ein ganz interessanter Charakter, ein sehr nischiger Charakter mit ihren Fähigkeiten. Wir gucken sie uns einfach mal an. Ihr Angriffswert ist auch eher wieder schwach, was aber ja nicht so schlimm ist. Ihr HP-Wert ist ziemlich gut, da ist sie gut dabei. Ihr Verteidigungswert ist auch gut. Mit 1834 eben auch einer der besseren Charaktere auf dieser Liste, der drittbeste im Endeffekt. Beziehungsweise, ja, es sind noch zwei besser, es sind drei besser, aber eben auch wieder sehr, sehr gut dabei, ähnlich wie in der Rakabfahrt, mit einem Punkt sogar besser, ist genau wie Yamato, da sind sie nämlich genau gleich, der schnellste auf dieser Liste oder die schnellste auf dieser Liste. Die haben da den gleichen Wert, 1665 bei Geschwindigkeit. Das heißt, nochmal zusammengefasst, starke Verteidigung, gute Leben, sauschnell und, naja, nicht so guten Angriffswert, was nicht so schlimm ist. Kommen wir aber mal zu ihren Fähigkeiten. Sie kann einmal Schaden an allen Gegnern verursachen und hat dann eine 76% Chance, auf jeden Einzelnen einen Verteidigungs-DiBa von minus 40% zu packen, was sehr, sehr strong ist. Dann hat sie einen Heal für alle und gleichzeitig verteilt sie einen Angriff-Buff fürs ganze Team und bei ihrem Auto-Hit hat sie auch nochmal zumindest eine 60% Chance, auch nochmal die Verteidigung um 30% zu senken vom Gegner. Ich habe sie aufs B-Tier gepackt, weil ihre Werte sind zwar solide und ihre Fähigkeiten ganz witzig. Sie hat ja auch einen Heal dabei, einen Angriffs-Buff dabei und die Möglichkeit zumindest, den Schaden oder die Verteidigung des Gegners zu reduzieren. Aber das ist schon mal prozentual abhängig. Das heißt, da ist man schon so ein bisschen glückabhängig, ob das klappt oder nicht und dann nur einen Heal zu haben und einen Angriffs-Buff ist mir dann ehrlich gesagt nicht genug, trotz der guten Werte, die sie hat und deshalb habe ich sie nur aufs B-Tier gepackt. Wenn alle Werte immer greifen, die Verteidigung sich immer senkt, der Angriffs-Buff eben gut mettert, dann kann das schon auch sehr nice sein, dann ist sie vielleicht nicht schlecht, aber ich persönlich finde sie eben bei weitem nicht so stark wie die anderen Charaktere auf der Liste. So, einen S-Rang haben wir noch und der S-Rang ist der gute C und der gute C im Anime gar nicht so die große Rolle, zumindest habe ich ihn nicht mehr so groß in Erinnerung, ist ein ganz witziger Charakter und wir gucken uns einfach mal seine Werte an. Er hat auf jeden Fall erstmal den höchsten Angriffswert hier auf der Liste, was ganz witzig ist, aber auch eher nice to have als mega wichtig. Er hat einen gar nicht so hohen HP-Wert, da befindet er sich auch eher in der Mitte wieder, hat einen guten Verteidigungswert, er ist jetzt der zweitbeste auf dieser Liste, zusammen mit dem letzten Charakter gleich noch voll, die sind nämlich genau identisch und seine Geschwindigkeit ist auch sehr gut, also ich ruck noch mal kurz die Liste durch, der viert schnellste auf der Liste immerhin, das heißt er ist recht schnell, er hat starke Verteidigung, er hat den besten Angriff und immerhin mittelmäßige HP, seine reinen Grundstats definitiv schon mal gut, dann hat er Hilfe alle, plus Angriff und Crit-Buff, was grundsolide ist, was sehr sehr gut ist für einen Heiler, für einen Supporter und dann hat er eine Fähigkeit, die Schaden an allen Gegnern macht und dann, und das ist jetzt so ein bisschen Lotterie, gibt es drei Möglichkeiten, die auftreten können. Die erste Möglichkeit ist, er gibt dem ganzen Gegner-Team einen Angriffs-Debuff oder ich glaube drei Charakteren einen Angriffs-Debuff. Die zweite Möglichkeit ist, er gibt drei Charakteren einen Heal-Verbot für zwei Runden und die dritte Möglichkeit ist, er gibt den Gegnern einen Verteidigungs-Debuff. Eine dieser drei Varianten kommt immer zur Geltung, aber halt nur eins der drei. Aber alle drei davon sind ja gut. Also wenn die Gegner nicht mehr heilen können, ist das gut. Wenn ein Angriff-Debuff drauf, ist das gut. Beim Verteidigungs-Debuff ebenfalls. Und er macht halt noch ein bisschen Schaden dazu. Das heißt, das ist auf jeden Fall immer gut, auch wenn es halt so ein bisschen Lotterie ist, was am Ende passiert. Was aber letzten Endes dafür sorgt, dass ich ihn zum S-Rang gesetzt habe und nicht zum Beispiel zum A-Rang ist der Punkt, dass er eine Passive hat, dass nach jeder seiner eigenen Aktionen, also immer wenn er dran war, egal ob es ein Autohit ist oder ob er eine Fähigkeit einsetzt, wird ein Debuff von allen Charakteren aus dem eigenen Team runtergenommen. Das heißt, jeder Charakter wird sich angeschaut aus dem eigenen Team. Wenn ein Debuff drauf ist oder mehrere Debuffs drauf sind, wird ein Debuff davon entfernt. Das heißt, im besten Fall sind das fünf Debuffs, die vom eigenen Team runtergehen. Nämlich von jedem Charakter ein. Und die ganzen fünf Debuffs oder je nachdem, wie viele es halt sind, aber alle Debuffs, die entfernt werden, werden geschlossen auf einen Gegner in der hinteren Reihe des Gegnerteams draufgesetzt. Und das finde ich so, so stark. Das finde ich so, so stark. Klar ist es ein bisschen gegnerteamabhängig, welche, ob der Gegner viele Debuffs verteilt, aber wenn das so ist und man gibt die dann geschlossen einfach ab, einfach zurück, wenn man ein Gegnerteam hat, das vielleicht darauf baut, auf viele Debuffs, wie zum Beispiel ein Team mit einer Kurenei. Und man gibt die dem einfach zurück und ballert die auch noch auf einen Charakter in der hinteren Reihe, in der Backline, wo man seine Ninjutsu Ninjas drin hat oder seine Healer, die vielleicht nicht so viel aushalten. Und die kriegt man dann damit richtig gut dran, weil man ihnen Angriffs-Debuffs gibt, weil man ihnen Erteilungs-Debuffs gibt, weil man ihnen Verbrennungs-Debuffs gibt, dass die extra Schaden nehmen, was auch immer, dann hittet das doppelt. Das kann so ein geiler Game-Changer sein, das muss ein S-Rang-Charakter sein, C. Aber ich habe ihn nicht mal, er ist super selten, er ist super schwer zu bekommen, aber unfassbar cool. Und ich glaube, der macht auch mega Bock, wenn man ihn spielt. Auch wenn es so ein bisschen AMG-lastig ist, ich finde ihn mega. Einen haben wir noch übrig, ich habe ja schon gesagt, wir haben drei Pfade auf dieser Liste, drei Pains. Der letzte fehlt noch, das ist der Menschenpfad und der Menschenpfad ist in meinen Augen ein A-Charakter. Da packen wir ihn jetzt auch hin. Der Menschenpfad selbst im Anime finde ich ist fast der langweiligste aller Pains. Wobei alle Pains sind eigentlich gar nicht so spannend, außer Pain-Pain, weil man von allen gar nicht mal so viel sieht. Aber ich muss mal Shippuden re-watchen, ist auf jeden Fall auf meiner Liste und dann muss ich mir das auch mal genauer angucken im entscheidenden Kampf. Kommen wir zu seinen Werten. Sein Angriffswert ist solide, da ist er genau in der Mitte. Sein Lebenswert ist der höchste auf dieser Liste, das heißt, er hat den besten HP-Wert auf dieser Liste, hat auch wieder den zweitbesten Verteidigungswert. Gleich mit C, ein Punkt hinter Yamato, also richtig gut und ist auch noch relativ schnell. Also fünf schnellste auf dieser Liste, was solide ist bei 13 Charakteren. Das heißt, er ist solide schnell, hat sehr viel HP, hat sehr viel Verteidigung und hat einen normalen Angriffswert. Reine Stats, also absolute Maschine. Absolute Maschine. Seine Fähigkeiten ist, er verursacht Schaden an der hinteren Reihe und gibt für drei aus dem eigenen Team ein Schild, was ganz nice ist. Dann verursacht er Schaden an allen, plus er gibt zwei aus vier Debuffs, also entweder Heal vorbei, Genauigkeitssenkung, Angriff-Debuff oder er vergiftet die Gegner. Diese vier Möglichkeiten gibt es. Zwei davon gibt er den Gegnern. Also auch sehr nice, verteilt gerne viele Debuffs, ist also auch ein perfekter Gegenspieler für C. C profitiert sehr gut von der Menschenfahrt im Gegnerteam, weil er die Debuffs einfach wieder zurückschmeißt. Wenn man im eigenen Team die Fähigkeit Segen dabei hat, gibt es nochmal einen 15% Heal für alle, plus einen Angriffs-Buff für alle. Das heißt, da ist es ganz entscheidend, dass man diese Segenfähigkeit hat. Und zu Beginn des Kampfes, und das macht ihn für mich auch maximal zu einem Aran-Charakter, weil das erstmal ein Debuff ist, zu Beginn des Kampfes kriegt das Gegnerteam für alle Charaktere plus 20% Angriff. Das heißt, man bufft für die ersten zwei Runden den Angriff der Gegner, was ich schwierig finde. Man hat keinen passenden Heal, wenn man nicht die Fähigkeit Segen im Team hat. Segen selbst ist ja auch nur eine Art Revive, was ganz nice ist, weil wenn man mit Segen wiederbelebt wird, wird man ja relativ low wiederbelebt. Und wenn man dann direkt nochmal 15% geheilt wird, dann hat man eher nochmal eine Chance, dass man den nächsten Angriff nicht direkt wieder tot ist. Also das ganz gut. Da er aber ja sonst kein Heal mehr hat, braucht man ja dann trotzdem noch jemanden im Team, der dann doch nochmal einen besseren Heal auf seinen wiederbelebten Charakter draufpackt. Und deshalb ist das nur ja nice to have. Es ist so ein bisschen, er hat viele gute Ansätze, aber ich finde so den entscheidenden Knackpunkt, den kriegt er alleine nicht hin. Da braucht er ein super eingestimmtes Team und im besten Fall noch einen zweiten Healer und vielleicht und vielleicht Yamato, der gut healen kann und auch gleichzeitig so ein bisschen die Rolle des Tanks einnehmen kann, damit man dann nochmal drei Damage-Charaktere reinpacken kann ins Team. Dann könnte ich mir den vielleicht ganz gut vorstellen. Ansonsten ist es ein A-Charakter in meinen Augen. Wenn er nicht gut eingesetzt wird, auch gerne B. Wenn er sehr gut eingesetzt werden kann, kann er auch vielleicht Richtung S-Charakter schielen, aber dann nur in der maximalen Team-Konstellation. Aber was ich am Anfang des Videos schon gesagt habe, denn jetzt habe ich alle Charaktere gerankt, je nach Team-Konstellation können alle Charaktere davon gut sein, gerade zu Beginn des Spiels spielt es noch nicht so die entscheidende Rolle, da ist es nur wichtig, dass man seinen jeweiligen Charakter gut pushen kann, gut buffen kann, bis zu dem Punkt, wo man neun Sterne hat mit seinen Ninjas, kann man eigentlich alle Charaktere gut benutzen, Hauptsache die Konstellation im eigenen Team ist relativ ausgeglichen. Also wenn man jetzt mit fünf Fehlern spielt, wird es wahrscheinlich trotzdem schwierig irgendwas zu reißen, wenn man einen Tank, einen Healer hat und dann drei die Damage verursachen, irgendwie ein Taijutsu und zwei Ninjutsu Ninjas oder ein Ninjutsu und zwei Taijutsus, dann kann man alle Healer ganz gut verwenden in dieser Liste, definitiv. Aber ich denke, die vier, die auf meinem S-Rang stehen, sind die, die man am allerbesten in seine Teams eingebaut bekommt, wo man am allerwenigsten darauf gucken muss, was habe ich denn überhaupt in meinem Team. Da kann man am besten seine guten Charaktere, auf die man am meisten Bock hat, die Damage machen, reinsetzen. Weil diese vier Typen ganz oben sind am ehesten dafür gemacht, das eigene Team einfach lange durchhalten zu lassen. Ja. Gut, das war's mit der Tierlist. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat. Ich bin gleich mal gespannt, wenn ich auf meine Aufnahmezeit gucke. Ich hoffe, es war nicht zu übertrieben. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Tierlist fandet. Ob ihr da mitgeht, ob ihr irgendwas ganz anders seht, dann gerne rein in die Kommentare, da würde ich gerne mit euch diskutieren. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Wann die nächste Tierlist kommt, kann ich noch nicht ganz genau sagen. Muss ich mal gucken. Vielleicht schon nächstes Wochenende, aber da will ich noch nichts versprechen, denn die nächsten zwei Tierlists, die jetzt noch übrig sind, sind ja einmal Ninjutsu und einmal Tayutsu und da muss ich echt mal schauen, wie ich das mache, weil da ist die Liste noch deutlich länger an Charakteren. Aber das werde ich herausfinden. Das kriegen wir hin. Für heute soll das gewesen Sonntagabend, auch wenn wir schon ziemlich spät haben. Ansonsten einen guten Start in die kommende Woche. Macht's gut, wir hören uns morgen Abend schon wieder beim nächsten Video. Das war's für heute, macht's gut und ciao. Ciao.